Richtig gutes Spiel insgesamt. Nun befinden wir uns hier im Finale. 2 zu 0 steht es für die Roadster Bullets und mal sehen, wie sich Fnatic schlagen wird. Sie stehen jetzt natürlich unter viel Druck, hier sich zu präsentieren und dieses Spiel jetzt mit überzeugenden Rotations und Kills sich hervorzutun. Wir sehen schon, dass die KT Bullets als gesammelte Fünfmannmannschaft oben in die Toplane laufen, während Fnatic sich eher auf der unteren Hälfte der Karte aufhalten. Wir könnten sozusagen gegenläufige Invades sehen. Das ist auch sehr interessant, weil zuvor haben sich die europäischen Teams mehr darauf versteift, einfach nur die Eingänge zu überwachen. Diesmal sagen sie sich, okay, wir sind selber die Aggressoren gerade. Mit einem Thrash geht das ganz gut. Wer da vom Hook getroffen wird, von dem bleibt in den meisten Fällen nicht mehr viel übrig, wenn man auch die restlichen Champions auf der Seite von Fnatic bedenkt. Eine Runde haben sie nun gedreht. Aber KT Rolls der Bullets dachte wahrscheinlich, dass man eher über die Toplane rotiert. KT Bullets sind hier immer noch sehr vorsichtig und sitzen alle, haben noch nicht den Invade hingelegt und Fnatic müssen sich langsam fragen, beziehungsweise müssen jetzt wissen, dass KT Bullets sich nirgendwo auf der unteren Hälfte der Karte aufhalten. Die Frage ist, wie reagieren sie jetzt? Renekton geht zurück und das ist das eindeutige Zeichen, dass hier ein Laneswap durchkommt von den KT Bullets. Fnaticton wird nach unten in die Bottomlane gehen, während Karma und Lucian hier oben bleiben. Der gleiche Plan liegt aber auf der Seite von Fnatic. Sie wollen halt die Vayne so sauber wie möglich durchbekommen. Die Bullets reagieren da sofort darauf, indem sie hier Lucian und Karma hochschingen. Also keine einfache Laning Phase. Damit aber natürlich ein paar Kriterien erfüllt, dass man den Baron, äh den Baron sag ich schon, den Drake mit einer gewissen Unterzahlung machen muss. Weil Botlane rotiert jetzt hier komplett nach unten. Aber man will hier noch den Invade wagen. Also KT Bullets wollen aufsichtslos sich dort den Blue-Buff einsammeln. Und LeBlanc wird jetzt merken, da ist noch niemand. Und die KT Bullets machen den doppelten Laneswap. Sie bringen Kragas nach oben. Und Karma und Lucian in die Midlane. Ja, das ist ein Riesenproblem für X-Packet. Denn man muss ja dazu sagen, LeBlanc wird da hart gecountert. Sie hat keinen guten Wave, der ihr einziger Vorteil in Anführungszeichen besteht darin, dass sie wenigstens Ranged-Auto-Attacks hat. Das heißt, sie kann da ihre nicht massive Reichweite ausnutzen, aber vielleicht so in aller Ruhe an CS kommen. Mafa wird das aber, denke ich, zu verhindern wissen. Sie sehen schon, wie stark das Zone-Potenzial ist. Und hier natürlich jetzt ärgerlich. Die Frage wird jetzt sein, ob jetzt hier Rio in der Lage ist, oben mehr Minions zu töten. Das war natürlich gegen das erste Spiel gegen Gambit auch schon die Strategie, die die KT Bullets genommen haben. Sie haben eine Karma damals noch mit einer Katelyn in die Midlane gegen die LeBlanc geschickt. Und haben dort sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also jetzt, wie du schon gesagt hast, es wird spannend, wer diesen Laneswap für sich entscheiden kann. Im Moment natürlich erstmal alles ruhig. Kragas wird ein bisschen weggezoned. Und da der Smite nur für den kleinen Minion. Dieser Smite einfach nur wütend gewesen. Mist! Ich kann mir hier meinen zweiten Buff nicht holen. Das ist der Blue Buff. Das heißt, Mana-Probleme könnten Cyanide erwarten. Und vielleicht will man jetzt den Dive wagen. Das ist eine relativ riskante Aktion. Einerseits wird er gesehen werden. Man hat viel Crowd-Control zur Verfügung. Muss diese aber auch treffen. Also hier wird sich sein... Oh, der Hook sitzt schon mal. Das Flay wird sofort nachgesetzt. Rio muss hier wegflaschen. Und jetzt wird man wahrscheinlich den Dive wagen. Super gut gemacht. First Bad, ganz wichtig. Sogar noch für Reckless. Damit auch Gold-Vorteil gesichert. Und jetzt wird man sich um den Turm kümmern. Hier ganz viel Druck. Jetzt schon auf der Top-Lane. Und Insec ist noch in seinem Jungle. Ist selber noch bei seinem Red Buff. Aber das war natürlich dadurch, dass Cyanide selber sein Blue Buff nicht gemacht hat, war er schneller. Und war schon praktisch bei 3 Minuten und 20 Sekunden oben auf der Top-Lane dann für den Dive da. Mittlerweile Ex-Becke unter seinem Turm. Aber er wird das Ganze jetzt gerade überleben. Und damit haben Fanatics sich hier einen schönen kleinen Vorteil rausgearbeitet. Ja, den Tower wollen sie auch hier noch weiter unter Druck setzen. Die Meaning Wave noch relativ groß. Die zweite wird noch etwas auf sich warten lassen. Also Insec ist da in der Lage, das Ganze zu verteidigen. Wie gesagt, eher berühmt für seine Lisin-Plays. Jetzt müssen wir sehen, wie er hier das Ganze macht. Er hat schon mal einen guten Stil gewagt. Ist da hier mit einem Buff mehr am Start. Aber Cyanide konnte sich halt in dem Sinne rechnen, dass er hier die Top-Lane abgeholt hat. So, das hat noch ein paar Probleme. Minion Wave ist relativ groß. Er hat schon viel Leben verloren. Vielleicht ist Leopard jetzt in der Lage, wenigstens eine passive und irgendeine Form rauszubekommen. Atrox sollte sich unter dem Turm generell wohlfühlen. Er hat natürlich mit seiner Einfähigkeit schön Sustain dabei. Und wir sehen schon, mit der einen Health-Potion, die er hatte, ist er jetzt wieder praktisch auf Half-Life. Und hat natürlich, wie du schon angemerkt hast, diese Passive noch auf Lager. Und kann sich damit einmal wiederbeleben. Wird jetzt also einfach in der Lane bleiben. Wir haben schon gesehen, dass Thresh einmal nach Hause gegangen ist. Ist jetzt wieder auf dem Weg da oben in die Top-Lane. Bisher aber Scorer und Maffer im CS besser dabei. Na, Cyanide selber erst Level 3. Könnte jetzt hier nach dieser Wave aufsteigen. Er bleibt hier noch ein kleines bisschen. Erfahrungsschatz reicht aber nicht aus. Wir sehen schon hier, dass Steve Bottlin da so ein kleines bisschen den Fight sucht. Und Atrox hat normalerweise den Sustain, muss dazu aber Auto-Attacks landen. Und die Passive will er jetzt nicht verlieren. Das wäre äußerst gefährlich, unentsprechend, ungünstig. Leopard aber hier mit dem zurzeit stärksten Top-Laner dabei. Renekton, massiver Bully. Guter Sustain, guter Damage vor allen Dingen. Ohne er ist in der Lage, einiges an Schaden zu tanken. Bisher sieht das ganze Spiel sehr, sehr gut aus für die KT-Bullets. Sie werden sich den ersten Tower holen. Und auch Vayne und Zweig sind noch nicht in der Lage, sich ihn hier oben in der Top-Lane zu sichern. Jetzt vielleicht mit dieser Minion-Wave. Aber Kragas natürlich mit diesen Fässern hat relativ guten Wave-Clayer und wird auch wieder diesen Turm verteidigen können. Und damit haben KT-Bullets dort auf jeden Fall die bessere Entscheidung getroffen. Jetzt hier jetzt schon, dass Fennelik versucht, so gut es geht, die Minion-Wave groß zu halten. Um einfach hier bei der nächsten Aktion den Turm einzureißen. Man sieht schon, Mafa rotiert jetzt wieder. Hier versucht man immer wieder den Support als Direktor-Gank-Unterstützer zu nehmen. Yellowstar muss da wegflächen. Insek, jetzt trifft hier sein Q nicht, wird an die Wand gehen. Und jetzt aber Mafa da versucht dann nochmal Yellowstar zu treffen. Ich denke, er wird sich hier verabschieden. Keine Chance für ihn zu entkommen. Die Frage ist, wer wird da den Kill an sich nehmen? Ryu macht das Ganze mit dem Fass. Also man konnte das zumindest ausgleichen. Jetzt versucht sich hier Fennelik ein kleines bisschen auf der Botlane zu rächen. So ist verliert er vergleichsweise 4 AP. Jetzt konnte man den Sionite sehen. Der Stunt geht hier nochmal durch. Gut gemacht. Leopard aber sehr, sehr tanky. Passiv ist jetzt nur nicht mehr zur Verfügung. Musste auch rausweisen. Sofort hinterher und er holt ihn sogar ab. Leopard da sehr gut dabei. Und auch Sionite hat nicht gerade viel Leben. Er muss da schauen, dass er mit den Cooldowns arbeitet. Slicen, das geht hier durch und er flasht sofort weg. Und was für ein Play auf der ganzen Karte von KT-B. Sie haben erste Tower in der Midlane geholt. Fennelik statt unter Druck wollte unbedingt den Top-Tower. Gute Rotation von den KT-Bullets, um sich da erst den Kill auf Yellowstar zu holen. Fast hätten sie Reckless noch dazu gekriegt. Haben ein paar Skillshots verpasst. Dadurch hatten sie dann, mussten sie sich mit einem Kill zufriedengeben. Aber dann ganz wichtig, wie stark Leopard hier eben war. Hat sich in einem 1 gegen 2 behaupten können. Zwei Flashes rausgekriegt und in Ignite. Und selber nur seinen Flash und Ignite drangeben müssen. Also er da auf jeden Fall mit einem riesen Vorteil in dieser Link. Hat mehr als doppelt so viel Farmen wie Soas. Und ich glaube, der letzte Faktor ist so ziemlich der schlimmste. Denn er hat sich jetzt dazu entschlossen, den Tiamat sehr früh zu kaufen. Mit Renekton hat man verschiedene Möglichkeiten, was das Item-Build angeht. Das heißt, man kann Tanki gehen. Man kann auch die Seme-Variante wählen, indem man sich sagt, okay, ich komme erst den Tiamat. Da kriege ich auch einen ganz guten, ausgeglichenen Sustain mit der hohen Regeneration. Und bin damit auch in der Lage, Schaden raus zu bringen. Und hier können wir sehen, das Ganze wird jetzt hier auch noch in dem Drake enden. Arthrox sitzt da an der Seite. Und diesmal sagen KTP, okay, wir tauschen den Dragon gegen den Top Tower. Damit haben sie überhaupt keine Probleme. Da sie im Moment jetzt nach so vielen schönen Plays, schon nach 8 Minuten, hier durchaus einen netten Vorteil für sich selbst erarbeitet haben. Jetzt müssen sie mit diesem natürlich weiterarbeiten. Arthrox liegt weit hinter Renekton zurück. Und auch der Rest von den KT-Bullets hat im Moment einen schönen, ja, einen kleinen Vorteil, mit dem sie arbeiten. Und damit können sie jetzt in die anderen Lanes gehen, dort versuchen, Kills abzuholen. Und wir sehen schon, Renekton ist so viel stärker. Oh, jetzt sind Sie hier noch dabei, kann da den Slow rauslegen. Und so, es wird da nicht mehr entkommen. Die Frage ist, wer kriegt da den Kill? Es wird hier der Leopard sein. Hat er wirklich gut gemacht. Renekton ist halt einfach ein Geschütz. Und das ist so das Problem. Fnatic hat sich überlegt, den K-Six zu bannen. Und es bleibt da einfach zwingend ein anderer Pick übrig. Renekton hat man sich nicht, quasi sich nicht geschnappt. Und wir können schon sehen, dass das zu Zeiten einen Riesen-Nachteil darstellt. Jetzt gerade sehr schön gemacht. Oh, das war gefährlich. Aber Score da mit dem Dash gut dabei. Kann sich sicher halten unter seinem Turm. Fnatic wollen hier jetzt den Druck in die Midlane verlagern. Während natürlich jetzt Karma aus der Botlane nach oben rotiert. Dort mit dabei sein will, um dann zu versuchen, da mitzuhelfen. Das Culling kommt draußen, nur um da die Influencer zu stärken. Und jetzt kommt der Zag. Oh, jetzt sehen wir schon. Yellowstar wird jetzt hier gleich festgehalten. Der Slow ist jetzt ebenfalls da. Und schön mit dem Kick hier gearbeitet. Der ist ein Arm verliert. Aber er verliert unglaublich. Und ihn wird hier von Rackless abgeholt. Yellowstar lebt nichts mehr. Wurde da ebenfalls noch zerstört. Rackless kommt aber noch weg. 1 zu 1 hat man insgesamt getauscht. Der Supporter hat sich verabschiedet. Das könnte ein Vorteil für Fnatic sein. Sie müssen natürlich schauen, dass sie jetzt den Turm verteidigt bekommen. Das war ein wunderschöner Play von Yellowstar. Auch er hat die Dash-Set noch getroffen. Noch dazu auf Score. Das heißt, Lucian war nicht in der Lage, neue Outdoor-Attacks rauszuhauen. Und damit hat Yellowstar etwas länger überlebt, als ursprünglich geplant. Insec musste dann selber noch dran glauben. Also ein 1 zu 1 an der Stelle. Fnatic würde eigentlich sagen, okay, das war gar nicht so schlecht. Jetzt ist hier der Blue-Buff auch noch unter Druck. Und Vayne ist oben in der Top-Lane. Kann da aber nicht so viel machen, weil Gragas dort den Turm belagert. Und vor allen Dingen sieht das Team von Fnatic fast gar nichts. Sie müssen jetzt schauen, dass sie hier einen eigenen Blue-Buff in irgendeiner Form gerettet bekommen. Yellowstar ist da zur Verfügung. Will da so ein bisschen Druck ausüben. Jetzt zieht sich der KTB zurück. Insec weiter in seinem eigenen Jungle tätig. Und X-Packy braucht auch den Blue-Buff. Er hat hier lediglich zwei Dorans-Ringe am Start. Noch kein weiteres Item sich gegönnt. Und es wird dann wieder die Frage sein, wird er sich den Kelch holen, damit auf massiven Schaden verzichten? Oder überlegt er sich doch, dass der für Algress so etwas Risiko birgt, aber auch belohnt wird? Also jetzt gerade hatte Fnatic wenigstens einmal eine Atempause. Kann Arthrox hier entkommen? Sieht ganz gut aus. So gibt es die Chase noch nicht auf. X-Packy, welcher Pink für noch in den Q-Land? Trifft hier sogar. Kann also den Slow nochmal ausmachen. Fnatic will da, aber er wird ganz einfach nur weggekickt. Die Passive hat ihm da nochmal das Leben gerettet. Das war sehr dramatisch. Aber Insek hat mit diesem Champion wirklich überragend gut dabei. Hat er den Elbe-Lizard schon am Start? Sein hat, kann sich das noch nicht leisten. Er hat einfach keine Chance. Er kriegt die Assists nicht ganz so schnell wie Insek. Und das Wichtige ist natürlich auch, dass das globale Gold im Moment definitiv mit Vorteil KTB ist. Sehr, sehr konsequent hier von Rio. Sofort mit dem Explosive-Cast nachgesetzt. Minions befreit. Wird er auch mit dem Blue-Buff belohnt. Insek, der unglaublich sozial. Item-Bild-Technik können wir sehen, dass das Blade of the Ring King auf Reddash schon fertig ist. Richtig, aber sobald ein Lucian nach Hause geht, wird auch er dann seinen Bloodthirst da fertig haben. Aber Vayne natürlich, wie du gerade sagst, immerhin ein Pass hier. Er ist vorne 25 für sie und sie ist sehr zufrieden, wenn sie dann erstmal Blade of the Ring King und demnächst vielleicht dann auch noch einen Fenton Dancer obendrauf bauen kann. Das sind die beiden Core-Items für jede Vayne, die sie haben will. Manchmal mit einem Static-Shift dazu, aber Attack-Speed plus das Blade of the Ring King macht einfach so viel Schaden. Und dann muss man sich vor Vayne in Acht nehmen. Sie ist einer der stärksten Duelist-Champions in diesem Spiel, aber KT Bullets wollen sich nicht duellieren. Sie wollen als Team spielen und dort sozusagen die Kills haben. Den einzigen, mit dem sie sich gerne duellieren, ist Soas, da er so schwach ist. Noch nicht mal 3000 Gold für ihn, während Leopard da schon mit 3800 oder so etwas in der Region am Start ist. So, jetzt muss man aufpassen. Also man hat hier natürlich noch den Rückhalt durch das eigene Team. Er hat ja schon mal die Ultimate gezündet, damit natürlich ein bisschen Reichweite, aber man kann die beiden hier nicht abholen. Außerdem hier in der Backlane, Rio schon unterwegs. Er fluchtet hat an dem Warp gesehen, geht da also erstmal nicht weiter. Hier aber wieder Zeit verbraucht. Unangenehm für das Team von Fnatic. Parallel dazu konnte Reckless die Zeit etwas nutzen. Ist vom Farmer voraus. Also Score muss da schauen, dass er da hinterherkommt. Er hat auch lediglich erst einen Assist. Fast ist da immer noch auf der Toplane zu sehen. Sie wollen ja den Turm da haben. Die Frage wird sein, wann wird man in der Lage sein, Leopard aufzuhalten. Hat hier sein Giant Spell zur Verfügung nach dem Tiamat? Will er also als etwas kräftiger sein? Das einzig Gute für Fnatic ist, dass eben mit Leopard, der jetzt überaufkommt. Oh, jetzt sehen wir schon, Barrier wird hier benutzt, aber es reicht nicht aus. Insek kriegt da gnadenlos den Kill. Auch Leopard überlebt die ganzen Tauschen. Das hat der große Vorteil von einem Renekton. Er ist unglaublich kräftig, kann da den Tank bei den Dives spielen und wird da auch zur Zeit in keinster Form bestraft. Man muss ja dazu sagen, Yellowstar wollte auf der Toplane helfen, hat jetzt seine D4 nicht beschützen können. Sonst hätte es auch der Leopard nicht mal ansatzweise gewagt, sie zu diven. Habe ich gerade wirklich von positiven Dingen für Fnatic gesprochen. Sie haben im Moment keine Chance, sich hier zu behaupten. 4.000 Gold nach nur 13 Minuten für KT Bullets. Sie sind 5 zu 2 in Kills, 3 zu 1 in Tauern. Sie haben die ganze Karte in ihrer Kontrolle. Und an dieser Stelle ist Fnatic einfach nur noch in der Defensive. Und sie können nicht irgendwo hingehen, ohne dass sie ständig abgeholt werden. Oh, Zainite will hier den Red Buff nicht aufgeben. Schmeiß dich da auf Insek. Der verliert super viel HP. Er hat doch noch den Red Buff in seinem Gesicht. Auch gut gemacht von Rio mit dem Explosive Cast. Reicht aber erstmal nicht auf Safeguard hier zu Yellowstar. Er verliert sich da aber sofort. Gut, dass man ihn abgeholt hat. Er wurde dafür bestraft, dass er hier in den Jungle will. 3 zu 5 in den Kills. Aber das globale Gold ist ja so das große Problem. Yellowstar hat jetzt hier den Hook auch nicht getroffen. Drake spawnt genau jetzt. Ihn aber anzumachen ist gefährlich. Gerade Zainite hat seinen Sky-Frau nicht mehr zur Verfügung. Muss natürlich gucken, dass man jetzt hier genug Druck aufbauen kann. Aber selbst da, ja, Fnatic hat den Catch gehabt. Sie haben Insek, den gegnerischen Jungler, eingesammelt. Und waren trotzdem nicht in der Lage, in praktisch einem 5 gegen 4 Szenario den Dragoner anzufangen. Sie sind so weit hinten dran, dass sie sich so etwas nicht leisten können. Und das, ja, verlangsamt sie natürlich. Stattdessen mussten sie jetzt so lange warten, dass Lee Sin wieder auf dem Weg ist. Und stattdessen fangen Katie Bullets den Dragon an. Sie haben den letzten schon geholt. Und es sieht so aus, als ob sie auch diesen für sich nehmen könnten. Na, da hat ganz einfach Fnatic keine Chance da irgendwie gegenzuhalten. Zoas versucht auf der Top-League ein bisschen Druck auszüben, dass man sich eventuell den Tower da holt. Geht aber nochmal den Weg über die kleinen Golems. Also Insek macht das hier herausragend. War zur richtigen Zeit wieder da, um mit dem Smite zu arbeiten. Wenn Zoas hier bei den Golems beschäftigt, schnappt sich da so ein kleines bisschen Gold. Ist aber immer noch sehr, sehr weit zurück, wenn man es hier mit Leopard vergleicht. Also Renekton wird zum Geschütz. Hat sein Omen bereits oder fast zur Verfügung. Damit auch Rekles nicht mehr in der Lage zu kiten. Er wird bei jedem Outdoor-Attack verlangsamt werden. Das Einzige, worauf Fnatic jetzt gerade ihre Hoffnung setzen kann, ist, dass sie immer wieder Picks kriegen. Arthrox wurde jetzt mehrfach etwas in Ruhe gelassen. Hat immerhin ein wenig im Farm aufgeholt, da oben in der Top-Lane. Diese ein wenig gepusht. Hat jetzt ein Bilgewater-Cuttle zusätzlich zu seiner Chain-Best. Aber das alleine wird noch nicht reichen, um auch nur ansatzweise gegen diesen Renekton gerade zu kämpfen. Er braucht noch eine ganze Weile, damit er stark genug ist, um dort dieses Duell eingehen zu können. Auch nur ansatzweise. Bis dahin aber haben KT Bullets die Dominanz auf der ganzen Karte. Und Fnatic kann nur hoffen, dass KT Bullets Fehler machen. Sich alleine in den gegnerischen Dschungel bewegen, ohne dort Wards zu haben. Und dass Fnatic dann die Möglichkeit hat, einzelne Kills einzusammeln. Man kann jetzt in der Mitte beobachten, dass jetzt hier X-Packy sich für den Athen's Unholy Grey entschieden hat. Er hat sehr, sehr lange gewartet, bis er zum ersten Mal shoppen war. Er hat sich nun mit diesem Item ausgestattet. Und das ermöglicht LeBlanc leider nicht, genügend Schaden mit einmal rauszubekommen. Jetzt versucht man hier, die Gegner zu flanken. Yellow Star wird ja, denke ich, festgehalten werden. Die Box ist draußen. Nix, er kommt jetzt hier dazu. Wird ihn auch, denke ich, mit dem Brutalizer hier abreißen. Ein Rio kriegt ja mit dem Bauchhammer die Kill, weil er selbst unbedränglich ist. Aber Sionite kann da nicht weitergehen. Die Überzahlsituation ist noch ein bisschen ungünstig. Versucht ja Rekos nochmal hinter der abzukommen. Und das reicht ebenfalls nicht aus. Die X-Packy kommen da noch zu. Die Fässer tun halt schon ordentlich weh. Rio verliert davon ab und jetzt wird ja noch Sionite abgeholt. Das wäre natürlich ein guter Re-Engage. Es ist halt so unangenehm, wenn man Gragas chaset, weil er immer wieder in der Lage ist, die Fässer da hinten reinzuwerfen. So viele Teammitglieder von den Bullets mit richtig wenig Leben, aber sie können nichts machen. Sie haben einfach keine Chance. Fnatic hat da versucht zu chasen. Und X-Packy hat sein Ultimate benutzt, nur um noch mehr Reichweite rauszuholen. Jetzt kommt er hier über die Wand. Oh, X-Packy kommt da nochmal weg. Ganz, ganz knappe Geschichte. Wäre hier Rio in der Lage gewesen, das Ignite auszupacken, hätte sich, denke ich, X-Packy verabschiedet. Aber gut, das war super aggressiv. Vor allen Dingen, dass Q ganz knapp an den Geistern noch vorbeigeschossen hat. Aber das war ganz gefährlich. Immerhin, das ist der Grund, warum man nicht schon in den Shop geht und schaut, was man sich für Items kauft, bevor man wirklich in der Base ist. X-Packy da noch in der Lage, mit der Distortion wegzukommen. Katie Bullets jetzt. Immer mehr Druck. Sie geben Fnatic nicht die Atempausen, die sie brauchen würden, um in diesem Spiel noch wieder zurückzukommen. Stattdessen erhöhen sie den Druck immer, immer weiter. Die Daumenschrauben werden hier angezogen. Und jetzt Lucians zum zweiten Mal baut er sich die Trinity Force auf. Ja, hat sich für ihn auf jeden Fall im letzten Spiel bewährt. Natürlich, die Phantom Nance auch eine gute Wahl. Hier nicht der Fall. Er ist ja auch damit ein kleines bisschen schneller. Die Mobilität wird er benötigen. Muss er ja schauen, dass er von den Pateon beziehungsweise von den Atrox wegkommt, die ja ohnehin eine hohe Grund-Move-Speed besitzen beziehungsweise auch Slows und Stunts auspacken. Insgesamt aber natürlich Fnatic jetzt massiv im Nachteil. Sie sind 5000 Gold zurück, haben lediglich einen Tower abgerissen. Drakes gehören ebenfalls KTB. Somit natürlich für sie das globale Gold nicht zur Verfügung. Sie müssen schauen, dass sie Reckless so ein kleines bisschen besser in das Spiel reinkriegen. Er hat ja seine zwei Kills. Er ist derjenige, der hier viel Schaden rausdrücken kann. Aber er muss erst mal in diese Situation gelangen. Denn zur Zeit sind die Bullets in der Lage, immer wieder einzelne Spieler von Fnatic abzugreifen und da die Kills zu holen. Die deutschen Teams, äh, die europäischen Teams meine ich natürlich, sind bekannt dafür, dass sie sehr gut darin sind, Spiele hinaus zu zögern, mehr in die Länge zu ziehen und dann im Late-Game immerhin ihre Leute doch noch stark genug zu haben, um vielleicht zurückzukommen. Wir haben das gesehen, Gambit fast mit dem Comeback gestern, aber dann KTB mit dem Backdoor haben das Spiel für sich entscheiden können. Diesmal Fnatic haben auch Late-Game-Champions. Sie haben eine Vayne dabei, sie haben eine Arthrox dabei, die sich freuen, wenn es spät wird. Aber so ist... mit dem Explosive-Cast würde der fast vernichten, die Passive noch nicht geploppt und er könne... Nein, er wird jetzt hier wieder geboren werden, aber keiner da, der ihn ein bisschen schön mit der Laterne gearbeitet, fantastisch, von Yellowstar gemacht, kann dann nochmal ein Teammitglied retten. Ultimates wurden jetzt auf der Seite von den Bullets verbraucht, wie leicht ist jetzt Fnatic in der Lage zurückzuschlagen. Bot-Tower wird jetzt eingerissen und den scheinen sie ja nicht verteidigen zu können. Aber das gleiche Ding wieder, man muss nicht immer den Kill abholen. Oh, jetzt sehen wir schon, dass man kurz den Hook nochmal connected hat. Leopard hat da die Hälfte seiner HP verloren. Es ist aber völlig egal und das ist halt das Ding. Man hat viele Ultimates verbraucht, man hat Zoe es fast bekommen, aber den Tower hat abgerissen. Somit natürlich wieder gigantischer Goldverteilung, man kann weiter rotieren. In diesem Spiel ist es halt so, dass man sich noch nicht so krass auf den Baron fixiert, sondern immer wieder die Objekte schnappt und das ist ein Riesen-Nachteil für Fnatic. Das Spiel wird nicht durch Kills gewonnen. Es wird nicht durch einen Goldverteil gewonnen, sondern durch die Objectives, die man kriegt. Und da sind KTB ganz stark. Oh, schöner Hook hier von Jellus. Da kann aber in keinster Weise irgendwie ausgenutzt werden. Die Chain sitzt zwar ganz kurz. Oh, schön mit dem Explosive-Cars gearbeitet. So ist es, muss da sofort raus springen. Also wieder die Ultimates aggressiv eingesetzt, einfach nur um die Türme zu bekommen. Jetzt ist schön mit dem Kick gearbeitet. Jetzt muss Expecate da weg. Schafft es aber nicht. Wurde wieder von Score abgeholt. Er kriegt ja einen Kill nach dem anderen. Dieser Lee Sin. Aber das ist genau das Ding. Also der Poke-Schaden von KTB ist so groß, dass Fnatic keine Chance hat, dagegen einen Turm zu verteidigen. Wir haben das gesehen. Explosive-Cars. Drei Leute von Fnatic mit blinkenden Lebensbars. Danach noch ein Barrel. So, es musste raus springen, dann wieder in die Base zurück. Keiner hatte mehr genug Leben, um dort zu überleben. Dann Insek um die Seite herum. Von hinten mit dem Kick auf Expecate. Er geht dabei drauf. Noch ein Turm wieder weg. 5 zu 1 jetzt für die KT Bullets. 8.000 Gold fast in ihrem Vorteil. Und jetzt, wo Fnatic so zurückgedrängt ist, so in ihre eigene Base gezwängt, dadurch, dass alle Tower tot sind und dann die Minion-Waves gepusht werden, dann kann KTB sich endlich auf den Baron konzentrieren. Höchste Vorsicht hier garantiert. Wir können es schon bemerken, Rackliss da oben muss ja irgendwie an seinen Farm rankommen. Das ist zur Zeit der einzige Vorteil, den er Score gegenüber hat. Sicherlich noch die beiden Kills. Das ist in Ordnung. Aber er kann zur Zeit in dieser Komposition nicht glänzen. Man wird hier nach und nach geholt und vor allen Dingen, der aggressive Ultimate-Einsatz von dem Team, von den KT Bullets, ist einfach wunderbar. Immer wieder Explosive-Cast rein. Damit haben Fnatic nur noch die Hälfte ihrer Lebenspunkte. Und man kann weiter Druck aufbauen auf die Gebäude. Drake wird hier ganz entspannt von Insect abgeholt. Und es ist halt zur Zeit ein sehr, sehr dominierendes Spiel von den Bullets. Hier können wir schon bemerken, nochmal kurze Beschleunigung durch Mafra. Pantheon will jetzt hier dazukommen. Das ist natürlich eine gute Idee. Wunderbarer Hoke auf Squad. Er wird hier von der Box voll langsam. Könnte jetzt hier abgeholt werden. Die Laterne macht natürlich keinen Schaden. Das bringt erstmal nichts. Jetzt muss man hier schauen, dass das Score irgendwie geholt hat. Versucht er mit sich mit dem Connorsen. Gut gemacht, mit dem Flash nochmal gearbeitet. Er brennt hier ein kleines bisschen. Die Kanonen sind unangenehm. Die Kamera schwenkt jetzt, weil er abgeholt wurde. Oh, der Schaden unnormal hoch. Aber man kann das Ganze noch überlegen. Jetzt fehlen halt noch die Autotecks. Rio ist jetzt hier draufgegangen und jetzt eventuell die Möglichkeit zurückzuschlagen. Zwei Kills sind entstanden. Oh Gott, das tat ein kleines bisschen weh. Aber wir sehen schon, Mafra könnte da... Oh Gott, will er da den Kill? Bleibt er erstmal da stehen? Insek da immer... Oh, der Schaden reicht alleine aus! Mafra kriegt hier mit der Karma des Todes den Kill. Unangenehm jetzt natürlich. Rackles, komm nicht rein! Er wollte da, glaube ich, nur an die Minion Wave ran, aber Karma ist dabei geblieben. Das gerade eben waren die Katie Bullets, die etwas... äh... da oben das 2 gegen 2 der Bottom Lane sozusagen gesucht. AD Carry and Support gegen AD Carry and Support. Ein wunderbarer Hook sofort von Yellowstar auf Score und dann natürlich die globale Präsenz von Pantheon. Oh, Insek muss jetzt hier bestraft werden. Sehr, sehr gut gemacht und wer kriegt den? X-Pecke schnappt sich den. Der Kick kam nicht ganz durch, ist lediglich nur noch auf Cooldown. Da hat man sich einen Abgeholt und das ist nicht schlecht hier für Fnatic. Sie bekommen jetzt Feindling Kills auf den wichtigen Leuten. Das heißt, X-Pecke kann langsam aber sicher mehr auf Schaden gehen. Mit dem Methines Arnold Grey ist es noch nicht überragend, denn er muss sich einfach einem Kragas gegenüberstellen, der Rabadons Todesau bereits in seinem Inventar besitzt. Wir konnten ja davor sehen, wenn er mehrere Leute trifft, dann hat das eine absolut tödliche Wirkung und KTB lässt sich jetzt hier in kleinen Situationen abholen, aber wenn sie sich kopieren sollten, kriegt Fnatic ein Riesenproblem. KTB sind jetzt gerade etwas vorsichtiger geworden. Sie haben eingesehen, dass das eben etwas übereifrig war, sind dementsprechend jetzt etwas vorsichtiger und müssen halt nun zusehen, wie sie mit der neuen Situation umgehen. Score ist jetzt oben in der Top-Vane. Push die Wave raus, damit dann wieder genug Druck aufgebaut ist. Reckless ist gerade unten in der Bottom-Lane mit seiner Vane. Das wird das Engaged-Signal sein. Oh, Jellus, da muss er unbedingt wegkommen. Er hat ja noch kein Talis-Mann zur Verfügung, aber die Fünfer-Boots bringen natürlich vier Wanker nicht in bedrängendes Gerät. Reckless will da pushen, will natürlich da den Tower holen, aber schafft man das jetzt hier, den eigenen Turm zu verteidigen? Das wird insgesamt schwierig. Mit Rio hat man da eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu belangen. Und er wird jetzt auch fallen. Wenn man es aber schafft, die eigene Base noch zu halten, könnte das ein ganz guter Tausch sein. Könnt ihr schon sehen, dass 6-Pecke viel Schaden nur durch die normalen Fässer hält. Reckless schnappt es da den Turm, versucht auch sofort zurück zu porten. Und jetzt könnte natürlich eine unangenehme Situation entstehen. So ist, frisst das schon relativ viel Schaden. Hook geht leider nicht ganz optimal durch. Wir sehen schon, Rio da ganz gut dabei. Sehr, sehr aggressiv. Und das kann er sich halt auch zur Zeit leisten. Turm wird hier nacheinander fallen. Jetzt will ja Sion halt reingesehen schon, dass der Kask erfolgt. Aber wird er das Ganze überhaupt selber überleben? Er ist vergleichsweise, ich denke, wird jetzt hier abgeholt worden. Jetzt sehen wir schon, dass du, oh Gott, Reckless, du bist viel zu weit weg. Man hat hier einfach nicht die Möglichkeit, Schaden rauszudringen. Der Inhibitor würde jetzt ebenfalls dran glauben. Und sie lassen sich ganz einfach hier demotivieren für Nettig jetzt hier im massiven Rückstand. Insta kommt jetzt hier nochmal dazu, muss aber sowas mit der Safeguard wieder raus. Wir sehen schon, dass die Fässer zwischendurch unglaublich schmerzhaft sind. wieder geht der nach vorne. Box kommt jetzt sehr spät raus, trifft ja niemand. Jetzt geht das schon, dass es so ist. Aber kein Teammitglied fällt immer wieder. Diese Schutzfaktoren-Score überlebt das Ganze sogar noch. Und das war wirklich Fennetik. Sie wollten da irgendwie diesen Tower-Tausch erzwingen, aber es war für sie vorher schon schwierig genug, 5 gegen 5 zu verteidigen. Und dann, Vayne, die einzige Hoffnung, die sie wirklich haben, 2-2-1, 200 CS, war nicht dabei. Und dann haben sie überhaupt keine Chance mehr ihre Tür. Oh, er kriegt den mit dem Crit und dem Schaden super gut gemacht. Also da ein kleiner Rach-Rakt. Man muss halt schauen, dass man auch die Base erreicht. Ja, gut. Also es ist immerhin ein Kill, noch ein weiterer Kill auf Vayne. Jetzt können sie versuchen, den Baron zu kriegen, nachdem der AD Carry tot ist. Das ist ihre einzige Hoffnung. Sie müssen das schaffen, weil ihr obere Inhibitor schon tot ist. Sie müssen jetzt alles holen, was sie irgendwie in den Griff kriegen, um dieses Spiel noch gewinnen zu können. Oh, die Kette hat sich irritierenderweise trotzdem noch verwunden. Aber Insekadal hat bereits schon einen Mord platziert, denn Baron verliert hier sehr, sehr viel Leben. Pinkworte ist ebenfalls noch da, aber man muss natürlich schauen, dass man das Ganze klärt. Sionite hier bereits mit dem Resident Evil Strike markiert. Der Baron verliert sehr, sehr viel Leben. Man könnte jetzt mit dem Smite arbeiten, aber Insek natürlich nicht um. Wir sehen schon, dass hier Mafa immer wieder versucht, mit dem Poke-Damage auszudrücken, aber man zieht sich zurück und das ist jetzt ein Riesen-Nachteil. Man hätte jetzt ein Comeback wagen können. Sionite hat aber überhaupt kein Leben mehr übrig, um irgendwas zu machen. Und ich denke, die Bullets werden sich jetzt entweder entspannen und weiterpushen oder sie sagen, okay, wir schnappen den Baron. Sie haben jetzt gleich ihren AD Carry wieder mit dabei und sie sind einfach so dominierend. Sie haben gerade den gegnerischen Jungler nach Hause geschickt. Sionite musste da mit dem Recall arbeiten und jetzt also die Katie Bullets wieder auf dem Vormarsch. Diesmal alle in der Mitte. Sie wollen den nächsten Inhibitor-Tower, sie wollen den nächsten Inhibitor abholen und wenn sie das schaffen, wird es wirklich schwer für Fnatic. Ja, der Turm frisst hier unglaublich viel Schaden. Immer wieder die Fronten da gut arbeiten. Es muss natürlich auch fast wieder geht der Sionite rein. Das ist natürlich die richtige Entscheidung, um hier die Leute wegzutreiben, aber der Damage konnte jetzt nicht ausgenutzt werden. Skyfall somit schon mal weg, aber die ganzen Ultimates könnten da auf jeden Fall auf der Seite von den Bullets gut eingesetzt werden. Und die Fässer tun halt so, wie X-Packet verliert ein dritten Leben nur durch die Q-Fähigkeit. Und hier die Super-Minions jetzt in der Base, zwei davon dabei und ich meine, Saur, es hat kaum noch Leben dabei. Nur dadurch, dass er versucht, seine eigene Base zu verteidigen. Ja, die Nexus-Tower überleben noch, aber Katie Bullets können wiederkommen mit der nächsten Minion-Wave jetzt zurück in die Mitte. Der Tower hat schon circa ein Drittel seines Lebens verloren und wir sehen, wie schnell Score ihn zerlegt. Dafür ist die Trinity Force gut. Sieht's? Oh, die Jane sitzt hier. Muss jetzt hier auch wieder so ein kleines bisschen Distanz gewinnen. Der Hibitor steht noch da und man hat das keine Schauung. Und jetzt sitzt der Hook hier auf Mauer und kann ecken sogar. Er wird ja natürlich sofort zerrissen. Die Frage ist, kann man jetzt hier weitermachen? So, jetzt verliert er unglaublich für Leben. Das gleiche gilt für Sighted. Man kann ja als Todeslump gemeinsam agieren und hier der Flash sofort zu Rack ist. Er wird jetzt erstückelt, kann aber noch mit der Barion kommen. Die Box relativ spät, aber noch nicht. Wird aber trotzdem noch abgeholt. Yellow Star, der nicht mal da X-Packet versucht da noch mal reinzukommen. Da waren natürlich viele Teammitglieder hier verloren. Inhibitor wird jetzt hier draufgehen und ich bin mir nicht sicher, ob Fnatic das noch verteidigen kann. Katie Bullets wollen hier den dritten Tower jetzt noch holen. Der obere Inhibitor ist down, der mittlere ebenfalls und jetzt holen sie sich den dritten Inhibitor Tower. Das wird extrem schwer für Fnatic. Arthrox ist zwar noch da, so als hat das eben irgendwie überlebt, aber den Tower werden sie nicht verteidigen können. Katie Bullets ziehen sich jetzt zurück, aber die Base von Fnatic ist verwundbar. Sie werden sich nicht mehr wirklich leisten können, da rauszukommen und jetzt wird es schwer, selbst wenn sie nochmal einen großen Teamfight gewinnen sollten und die Death Timer zwar lang sind, haben sie so viel Karte zu überwinden, dass um da an die gegnerische Base ranzukommen, dass sie das kaum schaffen können, bevor die Response von den Katie Bullets dazukommen. Zumal wir auch erst in der 27. Minute sind und hier die Midlane, die Toplane, komplett zerstört Fnatic. Muss natürlich schauen, dass sie in irgendeiner Form noch wenigstens den unteren Inhibitor verteidigt bekommen. Es ist aber auch, ich will nicht sagen, so gut wie möglich, aber es wird unglaublich schwierig. 10.000 Gold Vorsprung für die Bullets. Itemtechnisch hat jeder ein Core-Item mehr und das spiegelt sich natürlich in einem massiven Schaden wieder. Rackle ist natürlich gut dabei, er schnappt sich da die Kürze. Er ist eine Vein, die natürlich massiven Schaden anrichten kann. Er kommt aber einfach nicht dazu. Sobald ein Fass ihn trifft, ist es ja nicht nur so, dass er massiven Schaden hält, sondern auch sein Attack Speed reduziert ist, damit weniger Damage von ihm rauskommt und insgesamt natürlich problematisch. Er ist einfach immer im gegnerischen Jungle. Und er ist halt einfach inzwischen auch tanky genug, um das Ganze durchzuziehen und gleichzeitig macht er Schaden. Er hat noch nicht mal ein volles Defense Item, abgesehen vom Ruby Sidestomp. Aber ich meine, das ist hauptsächlich Leben. Das sind keine, das ist keine Rüstung, das ist keine Magieresistenz und trotzdem reicht es jetzt. Katie Bullets wieder mit fünf Leuten in der Top-Lane und Arthrox ist nicht bei seinem Team. Hier versucht man ja nochmal alle zu beschleunigen. Der Inhibitor liegt natürlich frei, da kann man vergleichsweise mehr nicht machen. So, es versucht sich dann noch zurückzubauen. Und der Hook geht hier immer wieder durch. Aber es ist natürlich gefährlich, da zu connecten, weil man ganz einfach nur in der Horde dann drinsteht, die dann mehr als genug Schaden anrichten kann. Die Rotation erfolgt jetzt hier komplett nach unten. So ist es immer noch am Porten. Wird jetzt hier bald wieder in der Base sein. Dann natürlich die Homeguard-Erweiterung aus und Hook geht jetzt hier auf Insek durch. Aber dieses Fass, was hier alleine schon getroffen wurde, bringt der Expecke sich dazu zurück zu dem Pantheon. Will hier nochmal reingehen. Seinheit muss da schauen, dass er da jemanden erwischt. Kommt jetzt jemand der Laterne runter dazu. Vielleicht kann man hier sich um Score kümmern. Das wäre wichtig. Der D-Carry ist jetzt schon mal gefallen, aber Leopard macht unglaublich viel Schaden. Seinheit muss da weg. Der Hook geht immer ein Insek. Guter Kick hier. Versucht hier Reckless rauszubekommen. Er wird hier langsam, aber sicher abgeholt. Dieser Schaden. Auf jeden Fall dramatischer Natur. Und jetzt kann man hier weiterarbeiten. Man hat jetzt insgesamt die beiden D-Carries verloren. Das ist aber nicht tragisch für die Bullets. Sie werden jetzt hier den Inhibitor untervorben schnappen. Jetzt hat man sich nochmal regeneriert. Rio verliert hier viel Leben, kann aber nochmal mit dem Bauchrammern kommen. Und auch Leopard gut dabei. Dieser Mini-X-Bag geschafft das. Und damit durch wieder Druck auf die Bot lehnen. Und X-Fenetic muss jetzt hier wieder verteidigen. Das ist so unangenehm. Sie können bei kleineren Erfolgen nicht aus der Base raus. Zwar haben sie jetzt, wie du gerade gesagt hast, ein paar Kills geholt. Sie können nicht mal aus der Base. Sie können nichts machen. Abgesehen davon, dass es im Moment eh nur den Baron geben würde, der sie wahrscheinlich das ganze Spiel kosten würde, wenn sie sich auch nur in dessen Nähe begeben würden. 10.000 Gold immer noch zwischen den beiden Teams. Katie Bullets immer noch so gut wie alle Karten in der Hand. Sie sind stark. Und es wird noch lange dauern, bis Fenetic wirklich in der Lage sind, dagegen anzugehen. Sie haben sich jetzt alle drei Inhibitoren geholt. Und jetzt können Katie Bullets wirklich auch an den Baron gehen, da die Nexus-Dauer beschädigt wurden. Vor allem der untere bis auf das... Oh Gott! Explosive Gas auf Seilen hat er verdient hier sich ein kleines bisschen Damage gut gemacht von Zeus. Lass uns mal einen Slow-Auspacken. Auch hier nochmal der kleine Reel. Er verliert super viel Leben, wird jetzt, denke ich, hier von Insek abgeholt werden. Der Tritt ins Gesicht wird ebenfalls kommen. Ach, die Laterne ein bisschen zu spät. Hat er keine Möglichkeit, ihn da irgendwie zu retten. Das ist natürlich ärgerlich. Ich wollte schauen, ob vielleicht irgendwie der Baron noch angegangen wird. Man kann ja da mit dem Skyfall reinspringen. Er aber an sich auf Cooldown gewesen. Und jetzt könnte die KT Rolls the Bullets das Ganze beenden. Sie haben jetzt hier die Super Minions an ihrer Seite, die richtig viele Tower Shots fressen können, ohne hier bedroht zu werden. Yellowstar wird hier so ein kleines bisschen angegangen, aber die Türme fallen nach und nach. Reckless muss da erstmal zurückfahren. Hat natürlich die Homeguard-Erweiterung. Pantheon muss jetzt hier rein. Seilnoth will jetzt hier nochmal den Kampf suchen, aber alle können sich da zurückziehen. Gut gemacht, dass er Rio getroffen hat. Aber er frisst hier unglaublich viel Schaden. So wird der Re-Engage. Er wird hier auseinanderfliegen. Yellowstar ebenfalls nicht mehr da. Insek überlebt das Ganze mit den ganzen Schilden wieder. Der hoch dabei Score ist auch nicht mehr da. Aber es reicht nicht aus. Man muss hier ganz einfach nur noch den Nexus fokussen. Oh, Expecce will da nochmal die ein oder anderen Kills und ist hier auf jeden Fall gut dabei. Aber dieser Schaden abnormal. Jetzt sehen wir schon, die Bullets gewinnen hier die Intel Extreme Masters 2014. Und ich muss ja auch dazu sagen,